Ihr seid aber auch immer ein paar Klaufische. JJ, ja nöt nöt, wieso hast du jetzt die Spritze mit dem Babybrei geklaut? Hä, kann ich die mal bitte wieder haben? Das ist Düppels Essen. Ja, was willst denn du damit? Gut, hab ich ja gebunkern. Hallo, hallo, Bärde an JJ. Gib mir bitte die Babyessensspritze wieder. Wir können uns darauf einigen, ich gebe dir auch was von dem Brei, wenn du den haben möchtest. Aber die Spritze brauche ich. Ja, wirb. Wirkst du die Feige nicht raus, sonst muss ich da hochgeklettert kommen. Wo bringst du sie denn jetzt hin? Andere Stelle? Die einzig richtige Stelle ist hier bei mir. Reinigen, reinigen. Komm, komm wieder runter und gib sie mir zurück, bitte. Tüppelchen, der hat dein Essen geklaut. Ja, was sagen wir dazu? Doofe Sache. Mein Vater ist echt ein Rad ab. Ey, du Heini. Okay, du Rübe, da muss ich jetzt was holen und dann hole ich mir die wieder. Ich nehme das schon mal als Ankündigung, ja? Bis gleich. Bist du jetzt sauer? Ja? Macht nichts. Ja, da lag sie eben noch, aber jetzt habe ich sie wieder. Wenn du eine Spritze zum Spielen brauchst, Schatzi, dann gebe ich dir eine. Was hältst du denn davon? Die ist dann bloß vielleicht leer. Ich denke mal drüber nach. Jetzt kriegt erst mal das Baby wieder was zu essen. So, Baby, wir haben deine Spritze gerettet. Es kann weitergehen. Okay, das war ein. Vielen Dank.